Wir sind heute hier in einem wunderschönen Orchester-Tonstudio in Berlin und werden heute ein Digitalpiano von uns aufnehmen, ein neues Digitalpiano und einen akustischen Flügel. Und dann werden wir mal gucken, was dabei herauskommt. In die heilige Halle. Das Teltec-Studio ist das größte private Studio in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa. Unser Saal ist knappe 450 Quadratmeter groß, hat eine Höhe von etwa 8,5 Meter. Soll ich, wir nehmen mal direkt ein Klavier. Hallo. Ich bin sehr herzlich. Danke. Ich denke, jeder, der sich für Klavierspielen begeistert, möchte eigentlich einen Konzertflügel zu Hause haben. Ich glaube, das ist der Traum. Der große Traum. Ein Konzertflügel, der braucht natürlich die Akustik. Idealerweise einen großen Konzertsaal und den hat man zu Hause in der Regel selten. Und da ist natürlich ein Digitalpiano eine sehr gute Alternative. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir richtig die Akustik mikrofonieren. Weil wir haben ja auch hier richtig ein Gehäuse, was auch geht. Jetzt mal mit geschlossenen Deckeln. Und die Akustik ändert sich dann auch. Richtig. Aber natürlich auch. Ja, wir können da ruhig mal beides versuchen. Genau. Also ich würde sagen, was hört der Spieler und was hört man dann im Raum auch. Ein akustischer Flügel ist eigentlich natürlich konzipiert, gerade wenn es ein großer Konzertflügel ist, für das Publikum. Und ein Digitalpiano muss ja in der Regel etwas anderes erfüllen, nämlich den bestmöglichen Klang für den Spieler, der selbst am Klavier sitzt. Wenn ihr soweit seid, können wir den Soundcheck mal starten. Genau. Am besten erstmal das Casio. So die ganze Daumen, damit wir mal kurz einen Eindruck kriegen. Ist das Casio jetzt? Genau. Also jetzt rein die Mikrofone, die so, was weiß ich, anderthalb Meter entfernt sind. Also wir denken dann auch mal. Genau. Ein Konzertflügel ist natürlich was ganz anderes als ein Digitalpiano. Das ist klar. Es geht aber nicht darum, zu beweisen, dass wir mit dem Tiki Tapian jetzt wirklich gleichwertig sind, mit einem akustischen Konzertflügel. Sondern wir wollen einfach gucken, okay, wo stehen wir? Wie dicht sind wir dran? Und ja, wird ein spannendes Experiment. Okay, die Aufnahme läuft jetzt. Wir können das sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020